Swiss League, Playoffs. Endlich sind wir dabei hier beim iSports. Now we're ready to go. Viel Leidenschaft, viel Geduld. It's the emotion of the rollercoaster ride of the playoffs. A little stronger, a little harder, a little more passionate, a little more desperate to win a hockey game. Man legt zurück auf Gnelson! Entscheidung in this Serie! Wer zählt denn? Gewinnt! Rotten got some little air, little confidence. The Thurgauer versuchen die Energie aus der Kabine mitzunehmen und hier das ganze Entscheidung mit Jonathan Engel! Mit der Entscheidung! In der dritten Verlängerung! Ich glaube, wir alle sind ein bisschen geäultert und haben graue Hohl bekommen. Aber ich glaube, schlussendlich hat es Spass gemacht und man hat den Sieg holen können. Leer! Das 2-2-1 für Nesse-Langenthal. Ja, im Moment denke ich nicht auf Ajoa, geniesse das. Und dann sehe ich, wie wir es bereit haben. Ajoa ist ein guter Mannschaft. Und dann hier tatsächlich das 2-1! Ueli Huber! Marc! Ja, da ist die Fälligkeit! Das ist es! 1-0! Niki Althoffer! In der 51. Minute kann von diesem Abpraller profitieren. Der Herze Klote steht also im Finale der Playoffs 2021. 21. Ablenka Ausgleich! Reto! Schmutz! Ein Geniestreicher von Schmutz in diesem Powerplay. Das klingt unglaublich gut abgelenkt von mir. Nein! Boom! Tschakalaka! Und das 4-2! Was für ein Hammer von Simon Kinci! Wir haben ein klare Ziel definiert. Wir wollen aufsteigen. 1-2! 5-2! Zeitpunkt? 4-2! 4-2! 5-3! Before the playoff, we said we needed 12 wins. Now we only have elf. So we need one more. 1-1! 1-2! 1-2! 4-3! Und ein Tor! Matthias Jocki! Mit Entscheidung! Der Anzias verkehrt nach 19.92 zum nächsten Mal in die National League. Zurück und ist Swiss League-Schweizer Meister 2021. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Um... Ich wollte hier sein. Ich wollte hier sein. Ich wollte nicht gehen. Ich wollte hier sein. Ich wollte hier sein. Ich wollte hier sein. Ich wollte hier sein. Und wenn ich gewonnen habe, ich will nicht. Ich kann nicht mehr sagen. Bis zum nächsten Mal.